kommt nix schieß noch mal schieß noch mal da kommt nix da kommt nix raus ja 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 Wir sind die Ersten. Halb sieben haben wir noch nicht mal und wir wollten uns um sieben Mengele treffen und jetzt können wir schön viel vor sieben, genau, jetzt können wir mal gucken, wann die anderen kommen, aber es ist noch sehr dunkel, dementsprechend wird das jetzt so eine Blair Witch Aufnahme bis, gucken wir mal was so passiert, das ist ja interessant, ich denke mal, ich fahr mal da rein. Musik 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 jetzt okay ich nehme die Ecke hier so Let's go! Nice! Nice job Letzte Kiste, linke Seite Zwei Spielmodi sind vorbei Super gut, aber jetzt gehen wir noch mal leichter Dann sind da die Typen Nooo, Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guidebox! Hits! Ja, es ist ein Hitschiff! Okay! Du bist gleich auf! Ja, es ist ein Hitschiff! Das ist ein Hitschiff! Bruh! Das ist ein Hitschiff! Bruh! 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 In Hitschiff! Bruh! Bruh! It was at this moment that he knew. He fucked up. Bruh! 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 Ja! Wett! 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 Nein, 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 nein NO! BAM! Mani, Glückwunsch! Ja, war ein hartes Stück, aber die nur 17 Mal selbst dafür getroffen worden, aber das war's wert. Und viel besser als beim letzten Spiel, wo du acht Leute rausgeholt hast, mit der Granate. Ja, mach das mal nach! Nein, weil's unser Team war du...